Willkommen in deiner Zukunft. Alles hängt zusammen. Die Dinge liegen für dich noch im Verborgenen. Aber sie werden ans Licht kommen. Mikkel? Mikkel! Fink. Vergangenheit. Fink. Und Zukunft. Fink. Du, Fink. Nein! Ich, Fink. Die Apokalypse muss kommen. Würdest du nicht auch manchmal gerne wissen, was als nächstes passiert? Meinst du in der Zukunft? Es gibt eine Möglichkeit, das alles zu stoppen, wenn ich den Anfang stoppe. Die Frage ist nur, wann ist der Anfang? Du willst doch eigentlich Antworten haben. Vielleicht ist deine Rolle in einem Team viel größer als du denkst. Wer bist du wirklich? Wollt ihr anfangen? Wenn du in das Urwerk der Welt hinein greifen könntest, die Weichen anders zu stellen, zu welchem Tag würdest du reisen? Wenn es das ist, was ich denke, dann wird es unser Verständnis von der Welt grundlegend verändern. Die Zeit ist immer mit dir. Sie sieht und hört alles, was du tust oder sprichst. Zeitreise, das gibt es wirklich. Auch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Wo hat alles angefangen? In der Kleinstadt Winden ist ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Wo ist von Lauf? Schmickel? Schmickel! In der Zukunft, in der Vergangenheit oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden? Es muss ein Weg geben, das alles zu ändern. Es wird wieder passieren. Tick. Es ist soweit. Tick. Tick. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer als du denkst. Es gibt einen Weg. Die Apokalypse muss kommen.